Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist ich ein... ein Wittling. Oh! Ich bin schon ganz watsch! Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Kugelbomboes! Aus Kugelbisch. Mit Sauerstoff gefüllt. Oh, danke! Fangen Sie, schicken doch etwas anderes an, bitte! Was denn? Das da! Pfui! Wie können Sie? Das... das werde ich Ihrer Frau erziehen! Na, hören Sie? Wie können Sie? Bin ich verliebt, verliebt zum ersten Mal! Ach ja, und Ihre Frau? Liebe stärker als alles, muss ich Ihnen bestellen! Oh mein Gott! Meine Frau ist keine Frau! Oh mein Gott! Ja, das kann ich erst morgen sagen, zu viel ist gewundert durch Spuren! Aber sagen Sie ganz aufrecht, war nicht mehr frei! Also ganz frei wie... wie Fisch am Luft! Könnten Sie mir ein bisschen gut sein? Darauf gebe ich Ihnen keine Antwort! Warum nicht wegen Frau? Schauen Sie, kann ich ja beseitigen! Was?! Ganz stärklos bitte, bleibt dann nette! Ja, dann lieben Sie Ihre Frau denn nicht? Nein! Und warum haben Sie sie dann geheiratet? Ja, das kann ich erst morgen sagen! Also diese Männer! Eine so schöne Frau zu haben! Ja! So kurz verheiratet zu sein! Und trotzdem nach anderen zu schauen! Also... also das ist schrecklich! Oh! Und das? So eine Liebe bleibt? Oh! 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 Jo-ho-ho! Jo-ho-ho-hoby! Applaus Christie! Bombauそれで Holmsteub había überuğo conoc loan inolomExup mit einem Chansonette erzählt. Es ist die, mit der Ihr Sohn diese feindliche Affäre hat. Aha, das wissen Sie. Der Boni hat mir davon erzählt. Ah, natürlich, der Boni. Aber bitte, dann kann ich den Edwin ja verstehen. Wie meinen Sie doch das? Wenn diese Dame Ihnen wirklich so ähnlich sieht, dann musste sich der Edwin ja in Sie verliehen. Danke, aber das ist doch jetzt vorüber. Ja, das will ich hoffen. Schließlich verlobt sich ja der Edwin heute. Heute? Ja, mit der Stasi. Und das ist gut so. Na ja, wenn sich die beiden lieben. Ach, wissen Sie, Liebe und Ehe, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Die haben meistens sehr wenig miteinander zu tun. Also, ich wünsche dem Edwin nur, dass er mit der Stasi so glücklich wird, wie sie es mit dem Boni sieht. Das wünsche ich ihm auch. Wie läuft mir? Fürstin. Was meinen Sie diese Chanson? Hat sie wirklich gehofft, in eine solche Familie einzuheiraten? Ich habe keine Ahnung. Der Weg von Balliathée ins Fürstenballet ist sehr lang und sehr beschwerlich. Glauben Sie? Ich weiß es, meine Liebe. Ich weiß es. Oh-Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ich hoffe, Ihre Frau Sie jetzt hören würden! Welche Frau? Ach, meine Frau! Unglaublich! Und was sind denn Flitterwochen? Was ist Wochenflittern wie den Herzenflattern? Wenn Sie mein Mann wären! Noch nicht mehr, bitte! Mit diesen meinen Fingern würde ich Ihnen die Augen noch kratzen! Bitte kratzen Sie! Mit solchen Fingern ist mir nur angenehm! Ja, du auch! Auch dies war nix! Meine Fazit! Mein Taschentuch ist mir runtergefallen! Darf ich? Danke! Dazu ist ja mein Mann da! Ja! Dazu will ich ja! Na, meine Staats, wie amüsierst du dich denn? Ja, danke! Sehr gut! Das nächste Mal passt besser hart! Es ist aus zu küssen! Sag mir auch was Zärtliches! Was denn? Irgendetwas! Ich weiß nix! Nicht mehr! Nein! Ich weiß nix! Du kam ja! Jetzt lass mich nicht mehr los! Schöne mit ihr dahinter schwiegen. Schätze, nein, die keine weite, so. Keine Kontante mit dir. Torzi, mit preises Torzi, mit preises Dirken, so kenn sie mir. Und mit dir, ein kleines Torzi, noch mit dir, ein kleines Torzi. Zuckerei, die meine Weizen zu, meine Tanz weiter dir noch. Willen Sie, wie Sie, gut und mein Drogen gehalten? Wie Sie, wie Sie, wie Sie, Gott? Torzi, mit preises Torzi, so gekalt, so wie sie zu warten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.